Musik Der 37. Verbandstag des Badischen Fußballverbandes fand in diesem Jahr in der Stadthalle Buchen statt. Und damit zum ersten Mal nicht auf der Sportschule Schöneck. BfV-Präsident Ronny Zimmermann begrüßte die 300 anwesenden Gäste. Die Delegierten aus dem Verband, den Fußballkreisen und den Vereinen und rief dazu auf, das Traditionelle zu bewahren und gleichzeitig gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Ich möchte abweichend vom Protokoll deshalb auch heute nicht die Ehrengäste zuerst begrüßen, sondern die Delegierten. Mit ihnen, speziell mit ihnen, ihren Klubs, die Klubs für die sie stehen, möchten wir vereint in die Zukunft gehen. Nicht von oben herab, sondern gemeinsam auf Augenhöhe. Ihr alle, Sie sind heute die wichtigsten Personen. Deshalb einen wunderschönen guten Morgen an alle Delegierten. Zentraler Punkt des Verbandstages war die Vorstellung der bisherigen Ergebnisse des Strategieentwicklungsprozesses, den der Badische Fußballverband seit dem DFB-Amateurfußballkongress im Februar 2012 intensiv verfolgt. Also für mich ist das Wichtigste, nicht die Mangelverwaltung, wie ich es bezeichne, sondern die Mangelbeseitigung. Man muss auf der anderen Seite gucken, dass wenn ein Kind mit dem Fußballspielen beginnt und in den Verein eintritt, dann muss man versuchen, dieses Kind so zu beschäftigen, dass es bei diesem Sport und bei diesem Verein bleibt. Also aktiv versuchen, andere Wege zu finden, um neues Blut in Vereine zu bringen und das dann auch zu halten. Das würde ich als die Königsaufgabe sehen. Insbesondere der Dialog mit den Vereinen wurde schon verbessert und soll auch in Zukunft intensiviert werden. Und das nahmen die anwesenden Vertreter natürlich sehr positiv auf. Gerade wir in der Basis, es wurde ja mehrfach erwähnt, wir haben Schwierigkeiten, gerade die Jugendmannschaften zu besetzen, Ehrenamtliche zu gewinnen und da hoffen wir uns doch auf Unterstützung, dass verschiedene Punkte, die heute angesprochen werden, auch umgesetzt werden können in Verbindung, Verein, Verband. Und dann hoffen wir, dass wir wirklich vereint in die Zukunft gehen können. Nach dem Bericht über die neue strategische Ausrichtung des BfV fanden im zweiten Teil der Veranstaltung die Neuwahlen statt. BfV-Präsident Ronny Zimmermann wurde dabei einstimmig und mit großem Applaus in seinem Amt bestätigt. Mit Nadine Imhoff wurde auch erstmals eine Frau ins BfV-Präsidium gewählt. Die neue Vizepräsidentin arbeitete bislang schon bei der Entwicklung der neuen strategischen Ausrichtung mit und möchte ihren Fokus insbesondere auf den Bereich des Mädchenfußballs legen. Also in den letzten Jahren hat sich da schon sehr viel getan, dank auch Ronny Zimmermann oder Dani Quintana, die da viel vorangetrieben haben. Ich denke mal, es muss in die Köpfe von den Vereinsfunktionären, dass die Zukunft eben auch im Mädchenbereich liegt. Nicht nur, dass der Fokus auf die Jungs gesetzt wird, sondern dass man eben auch guckt, dass man die Mädchen in die Vereine bringt. Auch von Seiten des DFB konnte am Ende des Tages ein positives Fazit gezogen werden. Und so blickt man für den Amateurfußball überaus optimistisch in die Zukunft. Im Haus des Fußballs ist jedes Stockwerk wichtig. Und im Haus des Profifußballs hat der FC Bayern, wie es ja gesagt, mir san mir und hat das Triple gewonnen. Und ich sage, im Haus des Amateurfußballs, da sagen wir auch auf bayerisch, mir san auch wer. Wir stehen für unsere Anliegen, wir kämpfen für unsere Anliegen, wir stehen für pro Amateurfußball. Und wenn beide Stockwerke mit tollen Zimmern ausgestaltet sind, dann ist das Haus des DFBs und damit das Haus des Fußballs in Deutschland sehr zukunftsorientiert und positiv aufgestellt. Der 37. Verbandstag zeigte deutlich, dass der Badische Fußballverband einen neuen Weg eingeschlagen hat und eine Ausrichtung in die Zukunft ganz nahe an seinen Vereinen und am Puls der Zeit gefunden hat.